Ich stehe morgens auf und gehe gern zur Arbeit, weil ich Spaß habe an dem, was ich mache und weil ich das Netz von morgen mitgestalten kann und somit quasi aktiver Teil der Energiewende bin. Ich stehe jeden Tag dafür auf, um den Menschen in der Region im Ahrtal wieder das zurückzugeben, was sie hatten. Ich stehe jeden Tag auf, weil ich die Digitalisierung im HR-Bereich vorantreiben will. Die Westnet ist ein Unternehmen, das auf Zukunft gestaltet ist und wirklich sich aktiv für den Umweltschutz einsetzt und das finde ich ist ein Riesenpunkt von der Firma. Ich würde sagen, ich stehe für die Azubis jeden Tag auf, einfach um denen wirklich die beste Ausbildung zu ermöglichen, die wir bereitstellen können. Ich stehe morgens auf, um die digitale Zukunft in Deutschland voranzutreiben und Menschen miteinander zu verbinden. Also ich stehe morgens gerne auf, für die Menschen im Flutgebiet zu unterstützen, auch die Kollegen vor Ort, die mit der Aufgabe betreut sind, den Wiederaufbau einzuleiten, zu unterstützen. Ich möchte, dass das gewertschätzt wird und deswegen möchte ich mit meiner Arbeit bewirken, dass eben die Menschen vor Ort informiert werden, aber auch unsere Kolleginnen und Kollegen, damit das halt nicht untergeht, was da wirklich jeden Tag Großartiges geleistet wird. Also wir sehen hier, die große Sonne ist die Riesenaufgabe der Energiewende, die kleine Sonne sind wir als unser Team, können wir als kleine Sonne die große Sonne mit zum Leuchten bringen. Und das ist die Motivation, die ich einfach in meinem täglichen Doing sehe. Ich mache ja diese Ausbildung, um was zu lernen und das hört ja nicht nur nach der Ausbildung aus, sondern geht noch weiter und bei Westnetz gibt es viele Möglichkeiten, da kann man auch viel lernen. Weil ich stehe jeden Morgen dafür auf, neue Mitarbeitende zu finden, für uns zu begeistern und gleichzeitig auch an uns, ja, zu binden langfristig. Ein Rollenverständnis, was die Digitalisierung und was die Funktion der Mitbestimmung und HR in diesem Belang angeht. Große Berge eigentlich vor uns haben mit Wasserstoff, E-Mobilität und da mitzuwirken, das treibt mich an bei der Westnetz. Damit die Kollegen draußen zufrieden sind. Und das ist halt jeden Tag auch was Neues. Es ist nie in Allheimsbrite. Weil wir arbeiten ja bei uns so gesehen vor der Haustür in der Kommune, wo wir wohnen, dass unsere Kunden gefahrenlos zu Hause leben können. Ja, ich stehe morgens auf, weil ich es einfach toll finde, ein Themenfeld mitzugestalten und auch mein eigenes Umfeld so zu gestalten, dass ich mich wohlfühle. Ja, wenn ich so auf den Breitbandausbau gucke, ist es genau unser Thema und das treibt Deutschland gerade um. Das macht einfach Spaß. Ich habe irgendwie Spaß bei der Arbeit und gleichzeitig finde ich unsere Arbeit halt auch sehr sinnvoll. Und ich habe schon das Gefühl, dass ich eine sinnvolle Arbeit mache und vielen Menschen irgendwie helfe. Wir haben im Konzern ganz viele Mitarbeiter, mit denen sich tolle Freundschaften entwickelt haben, mit denen sich wirklich eine gute Zeit verbringen lässt. Und das ist für mich so der Antrieb. Also unter Menschen kommen, mit Menschen zusammen sein und dann auch noch was Gutes dabei tun. Ja, wir machen Zukunft. Wir schauen nicht nur zu, wir entwickeln uns mit und wir gestalten mit. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall. Okay, dann haben wir Pause. Bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020